Guten Tag, liebe Marktkaufkunden und Kundinnen, ich begrüße Sie recht herzlich zu unseren Marktkauf-Nachrichten. Auch diese Woche habe ich wieder tolle Themen für Sie vorbereitet. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Sie auf den Montagtag aufmerksam zu machen. Am 8. Mai ist es soweit. Bereits in unserem Eingangsbereich erwarten Sie die ersten Geschenkideen und diese werden Sie durch den Markt weiterhin begleiten. Liebe Kunden, die Grillsaison ist eröffnet. Was brauchen wir zum Grillen? Natürlich Fleisch. Unser Grill-Sortiment stellt Ihnen heute Herr Striebe vor. Ja, haben wir sehr umfangreich. Das geht los von gewürzten Kammscheiben, Spießen, Bratwurst, die wir selber herstellen. Unter anderem auch Spezialitäten wie Lamm zum Grillen. Da haben wir zum Beispiel marinierte Lammlachse, Karrés, Filets oder auch, wer möchte, auch spezielle Rindersteaks, zum Beispiel wie T-Bone-Steaks oder auf Bestellung auch Dry-Age. Ja, außerdem haben wir auch noch ein großes SB-Grillsortiment für die Kunden, die es mal schnell haben wollen. Einfach an der SB-Theke gucken. Da findet sich bestimmt auch für jedermann was. Für ein besonderes Grillerlebnis haben wir hier im SB-Bereich auch unsere New Cuts. Das heißt, das sind spezielle Rindersteaks für Kenner oder für Anfänger vielleicht mal was Neues. Da haben wir zum Beispiel unser Rinderhüftsteak, Rinderfiletsteak oder einfach mal ein Spidersteak. Probieren Sie es einfach mal aus. Es ist wirklich ein Grillerlebnis. Passend dazu möchte ich Ihnen unseren Bedienthekenpass vorstellen. Dieser Pass kombiniert alle Bedientheken miteinander. Ab einem Einkaufswert von 5 Euro erhalten Sie an jeder Theke einen Stempel. Für Bioprodukte erhalten Sie die doppelte Anzahl an Stempeln. Haben Sie 10 Stempel voll, erhalten Sie einen Nachlass von 10% auf Ihren nächsten Einkauf an der Bedientheke. Ich denke, aktuell möchte jeder ein paar Euro sparen. Um Ihnen das Leben da leichter zu machen, haben wir uns eine Aktion für Sie ausgedacht. In den Zeitraum vom 2. bis zum 7. Mai gibt es bei uns 20% auf Sportbekleidung. Schauen Sie vorbei. Wie Sie sehen, ich stehe hier vor unserem Getränkemarkt. Warum stehe ich hier? Heute ist es soweit. Wir übergeben die Pfandspende an die Arche. Sie haben wieder fleißig gesammelt. Es sind 500 Euro zusammenbekommen. Und die möchte ich heute an Frau Grun übergeben. Vielen Dank für die Unterstützung, für die Spende. Da freuen wir uns sehr. Wir würden das gerne einsetzen für die Kinder und Jugendlichen. Die sind gerne draußen in unserem Garten. Vor allen Dingen haben wir da auch ein kleines Fußballfeld. Das wollen wir befestigen. Und neue Tornetze brauchen wir da. Und da freuen wir uns sehr über die Spende. Und wir danken recht herzlich dafür. Und wir danken auch dem Markkauf, das wir an uns gedacht haben bei solcher Aktion. Vielen Dank. Ja, liebe Kunden, das waren Sie, Ihre Markkauf-Nachrichten. Ich habe Ihnen heute viele Möglichkeiten genannt, um Geld zu sparen. Nutzen Sie bitte diese. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Bis dahin, Ihr Marco Hesse. Ich freue mich auf Ihren Besuch.